Das macht mal Ionwerfer. Der ist bereit. Gut. Komm. Und die holen alt neue Verstärkung ran. Das hält die keine Sekunde lang auf. Ich wünsche der Ionwerfer wird schneller aufladen. Hauptsache, töte den da mal. Das ist doch einfach unglaublich. Na komm. Ein Gondor verloren. Ja, ich habe auch ein Halt verloren. What? Was zur... Wo ist mein... Was? Sie haben schon wieder einen Sammler gekillt. Das kann doch gar nicht sein. Ey. Das ist doch nicht wahr. War schneller. Du bist auch tot. Geil. Soll ich nur noch einen Sammler? Fickt euch doch ins Knie. Töte diese Basis da endlich mal. Schluss da jetzt wieder lustig. Ob vernichten. Alles vernichten da oben jetzt, was noch steht. Und warum haben die schon wieder Flugzeuge? Ja, sie haben eine Basis eingenommen. Ja, genau. Deswegen können sie jetzt Luftseinheiten anfordern. Wer hat sich diesen dummen Scheiß ausgedacht? Hey, guck mal. Wir wissen, dass die Basis eingenommen ist. Aber die voller Luftunterstützung gegen unsere eigene Einheiten an. Ach, kein Problem. Schick sie los. Hahaha. Sag mal. Das ist doch total Verarschung. Okay, jetzt brauche ich aber wirklich keine Gebäude mehr. Also, tschüss Bauhof. Ich brauche Kohlen. Oh, ich klinge Ingenieur. Sehr schön. Oh, ihr geht mir auf die Nerven. Und soll ich doch nochmal Gebäude brauchen, habe ich jetzt echte Probleme. Aber darum kümmere ich mich, wenn es soweit. Erpisst euch. Es soweit ist. Tschüss. Der ist so lange an. Wo wärst du denn jetzt? Aber sie machen es immer wieder. Konsequent immer wieder. Halt, nein. Ich brauche noch einen Sammler. Sammeln mal das Rüben. Gut, dass sie mal emotional zu unkaputtbar sind. Sonst gibt es echte Probleme. Oh, wo nimmt der Feind die ganzen Einheiten her? Ich will einmal eine Mission spielen, wo ich das auch habe. Aber so eine Mission gibt es gar nicht. In keinem Commanding Kong-Gatei gibt es so eine Mission. Das ist total unrealistisch. Und ist schon mal jemand aufgefallen, dass mit jener Mission der Feind stärker wird statt schwächer? Ich meine, er hat 90% seiner Basen weltweit vernichtet. Seine größten Armeen zerschlagen. Seine wichtigsten Köpfe vernichtet. Aber trotzdem hat er jedes Mal mehr Einheiten. Das ist doch Schwachsinn. Das Spiel war schon immer scheiße. Geh sammeln. Geh sammeln. Kann ich noch was verkaufen? Kannst du eine behalten, lieber mal. Sonst bauen wir da nämlich gleich wieder einen neuen Bauhof auf. Was der Feind ja auch kann. Einfach Bauhöfe mitten auf die Map bauen. Ich könnte mal wieder sichern, Sex. Ich sichere. Den lasse ich unten stehen. Der steht da ganz gut. Obwohl, ich könnte auch ein paar Infanterieanheiten da runterstellen. Warum nicht? Die blockieren den Heli genauso gut. Du gehst auch dann aufsammeln. Und du läufst mal in deinen Tod. Oh, sie treffen sogar mal. Was ist denn jetzt kaputt? Irgendwas stimmt doch hier nicht. So eine Verschwörung. Und wir sichern gleich nochmal. Ach, es ist vorbei. Jetzt kriege ich Verstärkung. Verstärkung, ja genau. Ich bin doch nicht not, dass ich dauernd Verstärkung bekomme. In endlosen Massen. So, das habe ich installiert. Weiter geht's. Mit dem Next. Was heißt installiert? Ich habe es vorgemerkt zu installieren. Oh, oh. Ich sollte besser auf... Wo haben die denn jetzt hingeschossen? Was ist da oben noch? Das will ich jetzt wissen. Vielleicht sollen ich lieber einen Wüstenjäger bauen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich könnte einen Sandsack noch bauen. Die Einheiten, die ich nie mehr brauche, verkaufen. Ach, vielleicht brauche ich sie nochmal irgendwann. Nein. Nein, reparieren will ich. Verkaufen wäre recht ungeklug. Oh, die muss... Die Werkstatt muss immer ganz sein. Die ist wichtig. Und wir bauen noch mehr Mammuts. Wir werden den Feind in Mammuts erdrücken. Mit Mammuts. Und tschüss. Ich brauche mal. Ich brauche mal. Dich brauche ich. Du bist wichtig. Na, fühlst du dich nicht toll an, wichtig zu sein? Ja, nicht? Ich wusste, dass dir das gefällt. Ich brauche mal. Die stehen da ganz gut, möchte ich mal sagen. Und... Ihr lauft irgendwie so offen durch die Gegend. Das ist mir ganz recht. Kann ich nämlich schnell wieder was zum Installieren vormerken. Ja, das möchte ich auch vormerken. Ja, ja, ja. Äh, was noch? Das, jawohl, das auch. Sollte es immer so viele Pakete gibt, muss man so viele eingeben. Sollte man die Pakete entfernen, dass ich nur noch ein Buchstaben eingeben muss und gut ist. Äh, X11, ja. Glaub ich. Was weiß ich. Vormerken. Äh, he, b-b-b-b-b-b-b. Oh, da ist gerade irgendjemand gestorben und ich sehe nicht mal wer. Äh, meiner? Nein, meiner steht noch. Meiner ist unbesiegbar. Meiner ist zwei Meter lang. Oh, Moment. Das ist jetzt was anderes. Mh, egal. Äh, so, jetzt habe ich, das habe ich, ja. Äh. Ich habe eine Einheit verloren und es klang fast so wie ein Maschinengewehrturm? Ach, du Scheiße. Nein. Warum klang das eben wie ein Maschinengewehrturm? Weil da ein Maschinengewehrturm steht. Mh, was für ein dummer. Egal, wir fahren, wir fahren vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das Motto der DDR-Führung. Die sehr erfolgreich vorwärts in den Abgrund gefahren sind. Haha. Hm. Was wollt ihr denn jetzt? Meine Mammuts, auch mit dem Maschinengewehrchen anpissen. Ja, das ist so sinnvoll wie Wartebäusche nach ihnen zu werfen. Oh, Scheiße. Haha. Ja. So einfach hier das nicht mit mir hier, Jungs. Da müsst ihr schon ein paar größere. Und warum sind die so schwer beschädigt? Ne, ne. Ihren Sammler wollen wir mal lieber noch nicht angreifen. Das könnte unangenehm werden. Konstruktion fertig. Hier rücken wir mit etwas Verstärkung nach. Und bauen Mammut. Es ist nie verkehrt, einen Mammut zu bauen. Bauen den Mammut an der Tach gehört dir. So, Gruppe 1, wenn wir nicht vergrößern. Ich muss jetzt da hinfahren. Du bist auf Sofa 2. Gut, der Heli kommt nicht, weil der blockiert ist. Meine Sammler fahren ein wenig besoffen in der Gegend rum. Weil sie besoffen sind. Haben die den schon wieder aufgebaut? Das kotzt mich gerade an, ne. Und komme ich da? Ja, da komme ich rein. Sehe ich hier schon, dass sie da reinkommen. Und warum fahren die Sammler von denen? Da ist irgendwo die Raffnerie. Die mache ich platt. Die mache ich so platt. Ich mache die platt, ne. Ja, früher wollte ich immer plätterter werden, ne. Oh Gott, weil der Witz war jetzt so flach, ne. Ja, morgen geht's Regen. Denn heute fliegen die Witze ziemlich tief. Ja, das wollen wir auch vormerken. Ich brauche nicht hinschauen, so gut läuft es. Was erzähle ich denn noch so für ein Mist? Es läuft so real beschissen, aber egal. Äh, da ist es doch, da. Genau das will ich, das will ich. So. Und dich will ich. Ja, dich hübsche Frau. Ja, äh, äh. Hä? Ist das überhaupt das Richtige? Äh. Äh. Ne, Moment. Das will ich doch gar nicht. Das will ich entfernen. Aber das habe ich schon entfernt. Warum steht das noch auf der Liste? Schlechte Liste. Äh. Ich sollte mal wieder schauen, was meine Einheiten machen. Ach, Blödsinn. Ich habe in Legende-Einheiten, die wissen, was sie tun. Pfff. Das glaube ich jetzt nicht mal selbst. Okay. Jetzt mal alle hier schreien, die glauben, dass... ...Kommande Konga die Einheiten in Legende sind und selbst wissen, was sie tun. Was zur Hölle? Tschüss. Alter. Was glaubt ihr überhaupt, ihr seid, oder? Nobilisken da hinten. Fahr dir mal da runter und greif dir nochmal bitte an. Ja, das war jetzt so klar, dass die Hälfte wieder da nauffährt. Geil, es war so klar, einfach nur... Wo landest du denn jetzt? Kannst du da unten nicht landen? Da ist dicht. Wie, du landest jetzt woanders als beim letzten... Denn mal! Wie, da sind Ingenieure drin. Das geht doch nicht. Hm. Töte die! Ohohoho. Knapp. Verdammt knapp. Oh oh. Oh, ihr verdammt... Wieso bauen die jetzt so schnell die Obelisken nach? Haben sie doch vorhin gar nicht gemacht. Oh, fahr halt nicht an runter! Ihr seid so selten dämliche Rindviecher. Und wieso können die die überhaupt so schnell nachbauen? Wie geht denn das? Das ist doch technisch unmöglich! Fahr lieber mal in die Raffinerie! Oh, jetzt gehen sie... Was hab ich denn gemacht? Hab ich hier einen Sammler angegriffen, oder was? Scheint fast so. Auf jeden Fall mögen sie mich grad mal wieder gar nicht! Nicht da unten zu den Obelisken fahren! Zu dem Obelisken ist ja noch einer. Geil, damit muss ich jetzt rein. Oh, geil! Der wird schon angegriffen und ich kann nichts dagegen tun. Egal. Geil, Fahrt, Marz! Dahin, nicht darüber! Oh, verpisst euch! Und der ist auch tot, weil er wieder mal nicht auf... Nicht da mal, er lebt noch! Oh ja, klar, dass jetzt gleich wieder einer stirbt. Komm! Sprengt das Ding! Ich muss jetzt rein, das ist scheiße! Komm, töte das Ding! Jawohl! Jawohl! Einheit, Tüfer, jawohl! Na los, macht schon! Einheit, Tüfer, jawohl! 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 Bestätigt! Sprengen, alles sprengen! Ich glaub, ich darf gleich nochmal laden. Jawohl! Bestätigt! Komm! Aller, die Kassanne nervt! Verpisst euch wieder, oder? Einheit, Tüfer, jawohl! Oh, wieso sind das denn so viele? Jawohl! Einheit, Tüfer, jawohl! Geil, ich will gleich noch mehr. Ja, Sammler haben Sascha wieder gekillt. Und ihr fahrt. Nein! Haltet mal auf! Oh! Wo kommen die alle her? Ich gebe mir voll auf den Sack, wisst ihr das? Aber ist sowas von, ne? Ich kann es gar nicht in Worten beschreiben, wie ihr mich nervt gerade. Was verliere ich denn da dauernd? Ach, da drüben. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, ich verliere irgendwas Wichtiges. Aber das waren bloß so ein paar Infanterieinheiten. Jawohl! Jawohl, zahle! Ist doch jetzt so... Ja, pisse dich! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Oh man, nein! Mann, 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 Mann! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Spreng das Ding da mal hoch! Das Ding, sprengen! Was macht Millionwerfer? Der lädt noch auf! Jawohl, zahle! Mensch, bis der mal aufgeladen ist. Es ist Weihnachten vorbei. Oh nein, nein. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Und er greift. Nein, es sind... Die halten ja überhaupt nichts aus. Hätt ich das gewusst, dass ich hier Luft...